Das Licht wird eben gerade perfekt, es wird bewölkt, es geht nicht besser zum Film. Hallo, willkommen heute zu einem neuen Video von mir und ja, wer hätte das gedacht, das ist kein Standbild, das ist ein Video. Ja, Sophia, deine Begrüßung ist beschissen. Ich weiß, aber sie gehört zu mir, von daher bleibt sie auch so. Beziehungsweise, es kommt einfach so raus. Wisst ihr, wenn man quasi damit und so, dann kommt es einfach raus. Aber wir werden heute 5 Beauty-Mythen über Haare aufklären. Und zwar ist mir aufgefallen, wie oft seltsame Sachen unter Haarvideos kursieren, was da für komische Sachen drunter stehen. Da habe ich mir einfach immer gedacht, google ich ein bisschen und kläre diese Mythen jetzt mit euch gemeinsam auf. Kommen wir zum ersten Mythos und zwar, viele eurer Omis haben euch wahrscheinlich gesagt, dass 100 Bürstenstriche am Tag euer Haar glänzen lässt. Und da können wir sagen, Omis, ihr hattet recht. Denn das Ganze kann man ganz einfach erklären. Wenn ihr abends zum Beispiel eure Haare mit 100 Bürstenstrichen, das können auch weniger sein, bürstet, dann ist es einfach so, dass der Fett, der natürlich durch die Teigproduktion am Ansatz einfach entsteht, nach unten gezogen wird. Das heißt, mit den Bürstenstrichen kennt ihr das Fett sozusagen an den Haaren entlang und dadurch glänzen eure Haare natürlich dann auch ein Stückchen mehr. Kommen wir zu einer zweiten Sache, die mich auch minimal betrifft. Und zwar zieht man ein graues Haar, wachsen sieben neue nach. Ich kann euch an meinem eigenen Beispiel sagen, nein, das stimmt nicht, denn ich habe ein graues Haar an der Augenbraue, das doppelt so lang wird wie die restlichen Augenbrauen. Und das habe ich schon viermal gezupft und da sind nicht mehrere nachgekommen. Warum besteht dieser Mythos aber? Das ist einfach so, meistens, wenn man anfängt, graue Haare zu bekommen, dann fängt es mit einem an und dann hat man das Gefühl, wenn man es rausgezupft hat, kommen mehrere. Es ist aber einfach so, dass es ein fortlaufender Prozess ist und ja, manche haben Glück, haben erstmal nur eins und andere haben Pech und wenn es einmal anfängt, hört es nicht mehr auf. Jetzt kommen wir zu einer der interessantesten Sachen und zwar einem Mythos, den ich immer wieder höre, wo ich mir denke, das kannst du dir doch selbst erklären, dass es falsch ist. Und zwar ist es nämlich, schneiden lässt Haare schneller wachsen. Warum hält sich dieses Mythos so sehr? Ich weiß es nicht, ich weiß es absolut nicht, denn was bockt es die Haare, wenn ich hier abschneide? Was bockt es die Kopfhaut hier oben? Das interessiert die gar nicht. Das Einzige, was euch hilft beim Schneiden, warum sozusagen eure Haare, warum ihr das Gefühl habt, dass sie schneller wachsen, ist einfach, dass sie unten nicht mehr abbrechen, weil ihr sozusagen den Spliss einfach wegschneidet. Und dadurch habt ihr das Gefühl vielleicht, dass sie schneller wachsen, weil eure Haare einfach nicht mehr abbrechen und aus diesem Grund, dieser Mythos ist falsch, jedoch kann Schneiden helfen, einfach gesündere Haare zu haben und sozusagen zu verhindern, dass eure Haare ab einem gewissen Zeitpunkt einfach abbrechen. Kommen wir zum vierten Mythos und zwar Haarkuren könnt Spliss reparieren. Das ist komplett falsch. Ihr könnt Spliss nur vorbeugen. Ich höre so oft in den ganzen Werbungen, ja 70% weniger Spliss und sowas. Was sie aber nicht sagen, ist, dass es 70% weniger ist bezüglich eurer Haare, die noch keinen Spliss haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da wird sozusagen dem Spliss einfach nur vorbegebeugt. Es gibt kein Produkt der Welt, das euer Spliss repariert, das heißt, dass sozusagen eure Haare wieder zusammen wachsen lässt. Denn kein Produkt könnte so gezielt arbeiten, dass jedes einzelne Haar wieder zusammengepappt wird, wenn ihr wisst, was ich meine. Denn sonst müsstet ihr hier unten ja alles hart haben. Denn kein einziges Produkt kann nämlich jedes einzelne Haar irgendwie reparieren. So funktioniert das Ganze nicht. Von daher, kein Produkt der Welt kann Spliss reparieren. Das Einzige, was ihr machen könnt, wie gesagt, ist schneiden oder halt Spliss vorbeugen mit verschiedenen Pflegeprodukten. Natürlich gibt es noch die dritte Sache und zwar weniger Hitze. Fünfter Mythos und auch der letzte und zwar Trockenshampoo schenkt Volumen. Auf jeden Fall. Das ist richtig, denn Trockenshampoo ist einfach dafür da, dass die Haut und die Haare da nicht mehr so fettig aussehen. Das heißt, was ist das Ziel des Trockenshampoos? Trockenshampoo bindet das Fett. Dadurch, dass es fettgebunden ist, werden eure Haare am Ansatz natürlich leichter und dadurch haben sie natürlich mehr Volumen. Jeder von uns weiß, umso längere Haare wir haben, umso platter fallen sie am Kopf zusammen, umso kürzer sie sind, umso mehr kann man Volumen vortäuschen. Von daher, Trockenshampoo schenkt auf jeden Fall Volumen und ist eine super Sache, auch wenn ihr nicht unbedingt fettige Haare habt, sondern wirklich nur so ein Restfett rausnehmen wollt, um einfach ein bisschen mehr Schwung in die Haare zu bringen. Das waren meine 5 Beautymythen und wenn ihr mehr Videos in die Richtung haben wollt, wenn es euch gefällt, wenn ich einfach mal ein bisschen was für euch rausrecherchiere, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Und hier in der Endcard verlinke ich, verlinke ich euch noch mein letztes Video und zwar das Follow Me Around und dann das nächste Video, was dann morgen online kommt und zwar den Close It Confidential Tag. Also, mich würde es freuen, wenn ihr noch auf Twitter oder Instagram vorbeischaut, denn da können wir sehr gerne weiterquatschen und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen bei meinem nächsten Video. Bis dann! Tschüss! 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 Vielen Dank.